Baustelle, Einraumwohnung, ein Ort, der mit so wenig Fläche so viele Räume bieten muss. Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Esszimmer, Tanzstudien, Wohnzimmer, Kneipe und vieles mehr. Und dafür bedarf es des Öfteren einer Sanierung, so ungefähr 17 Mal täglich. Baustelle, Einraumwohnung, ein Ort mit so wenig Fläche, der für so viele Dinge herhalten muss. Und Raum, ich bin heute mal jemand ganz anders. Oder das, ich will so bleiben, wie ich bin, Zimmer. Das Karriere. Ich habe fast alles im Griff, Zimmer. Oder Sportzimmer. Na, aufgegeben wirken eben mal als Zimmer. Oder, schau mal, so kann ich auch Zimmer. Oder, auch das, so kann ich nicht, Zimmer. Was ist denn? Und das habe ich gerade leider übersehen. Oder, das Ausgehensimmer. Oder, oh, das Eingehensimmer. Ah, das Eigenesholz brennt am besten, so. Ja. Oder, auch das. Ist mir egal, was ich anhabe, Hauptsache mir ist Wagenzimmer. Oder auch ist Aufgehensimmer. Das Abgehensimmer. Oder, das ist mir egal, wie ich aussehe. Hauptsache es ist mein Lieblingszimmer. Oh nein. Aber da ist ja noch das eine Vorhaben, was da in der Ecke rumsteht. Das wird eh nicht fertig, denn ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Vielen Dank.